Weil meistens geben sie so einen anderen Laut von sich und dann rufe ich ihm jeweils, jetzt habe ich es möglich, dass es Lämmer gibt und dann sagt er ja, er denke, sie hätte morgens nicht gefressen und er müsse ihn noch mal schauen und dann ging er raus und dann war das erste schon hier. Nein, für uns wäre eigentlich zwei okay, weil meistens hat man mit dem Dritten eher Probleme, weil die schubsen dann, wenn sie kräftig sind, auch einander vom Euter.